aber wir haben die aufgaben doch eigentlich schon ja dunkler kochone sie bringen ein geister gefäß zum orakel zurück also auch da ich habe die gerade okay und dann muss ich für die daily aufträge für wolf käppchen machen wolf käppchen muss die olle schlampe wolf käppchen okay okay verwirrung gar nicht die jim bob wieso bin ich eigentlich ausgeruht haben doch gestern gar nicht gespielt voll der abfock okay jetzt vorbei schade der jim bob müssen wir da noch irgendwas für besorgen oder müssen wir einfach nur mit ihm reden auch schön machst du das wie der noch so wie es aussieht ich habe nicht geredet okay dabei nichts gebracht ne wie es aussieht wow danke fürs horsten was ist das für ein account den kenne ich ja gar nicht ob ich genug ne ich hab gar nicht genug gold fuck well 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 what 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 why das bist du gar nicht ich dachte da läuft einer rum und versucht mich zu treffen und trifft mich nicht ich dachte du schießt aufs just for fun auf mich ja sonst bist du ja facebook okay ich war verwirrt sorry immer immer komo er wieso bro oh wieso 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 sag lieber nichts mehr me always verwirrt was sollen wir ihn bringen jetzt noch mal um auf die sagen geistergefäß wo ist geister wuss geistergefäß mami wir sollen immer ein geistergefäß bringen ja das ist der letzte schritt von seiner questlinie die habe ich ja weil ich die habe aber wahrscheinlich kannst du sie nicht abschließen es sei denn du musst mir auch mit ihm reden ich habe mit ihm geredet er wollte mir aber nur sein geschehen den riss ja dann müssen wir die sachen erst einsammeln ja stimmt basen alles klar let's do dies jetzt habe ich nicht darauf geachtet habe ich mir eine gummi schrotze gebaut oder ist es komplett cake wo andere farbe da und oben ist bestimmt auch noch farbe so dann basis ist nichts neues ja das ist wohl wahr das kommt hier im chat voll komisch an oder ist das absicht gummi schrotz gibt es da was zum sammeln deswegen hatte ich auch übrigens für ariana grande den ganzen kram nicht gesehen der schrift rolle sehr modern so eine oldschool die geschrift rolle so wie merkel mollkopf sorry bullshit alarm aber hier gab es jetzt nur eine schicht rolle ja was ist das für ein schicht jaja miau let's go was ne nix das war ich habe eben eine diskussion darüber gefühlt diese ganze verschwörung scheiß idioten gehen mir so ein bisschen auf den sack egal ob ich mich jetzt umbeliebt mach oder netz mir mir nervt es einfach nur ja geiler schiss jalla warum ist hier so neblick jetzt bei euch auch sturm übrigens so bisschen windig das war es echt geht's voll ab deswegen fahr ich auch heute nicht mehr in die firma ist kein bock drauf neun hat es geregnet habe ich kurz aufgewacht dann dachte ich mir geil perfekte atmosphäre um weiter zu pennen das ist eigentlich die perfekte atmosphäre zum zocken also ich mag das wenn es draußen rakenet dann hast du wenigstens keinen grund in den garten zu gehen irgendwas zu machen was zur hölle war das irgendwas zu arbeiten verstehst ja nee okay hab ich mir gedacht ich muss gerade mal telefonieren muss mal die bullen rufen ja kommen da ist nur die schienpilz das ist ein bisschen ich brauche wolf käppchen ich brauche wolf käppchen ding 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 warum muss jetzt mein mfk zu kloppen ach so das sind deine sorry ich nehme nur eins krass auf ne assloch das andere kriegst zurück also okay ich nehme mit ja nee ich nehme nicht mit fuck jetzt habe ich liegen lassen ja fahr doch zu ihm hin ach so das ist nur einer ich dachte du wolltest abhauen weil du ins auto gestiegen bist nein ich muss aus dem auto schaden raus machen ach so dann sag das doch wo sei denn da jimbo hängt tot kein problem so dann können wir auch dein meth geht wieder mitnehmen ja das kenn ich also gut sie krallt sich eigentlich nur wenn sie schläft vielleicht mal rein irgendwie wollten wir da hoch ne ja irgendwie schwärst du in die falsche richtung irgendwie bin ich komplett verstrahlt ich sag das doch viel zu früh tschüss wirst du mal gefahren hm schaffst du nie da hoch oh ok forget it forget it forget it jetzt hast du das auto getan jetzt müssen wir es auch behalten oh ne das gegner oder ist das jo 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 hallo bin so verpeilt tschüss schusch das orakel spricht Phase 1 abgeschlossen ich hab wieder was hingelegt nutze schatten stein und berge das geist der gefäß genau da oder was ok genau hier irgendwo wo schattestein wo berge wo berge geht das geht das ist genau hier wirklich nein nein aber hier ist die markierung auf auf die schatte kochone sie auf aber ich finde der quest tracker könnte wenigstens anzeigen wer welche aufgabe gerade hat ne ja kann er nicht aber es wäre cool wenn er das würde ja doch kann er oi zum bobby ups ne mach gar kein zum bobby ok wenn du die questliste hast dann hast du hier oben so drei symbole und dann klickst du auf das wo nur ein mannequin ist dann sie zu deiner auf ist dann kann man auch die schon erledigen stempelkarten ausblenden nö nö das ist jetzt aber nö zu viel verlangen von epic maze ja ok hat denn da auch den ge- ha 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 ok oben oben die werden angeschossen oben das seh ich warum schießt denn auf das wildschwein ich seh auch so nix ah ich muss hier raus tschüss wow ok cool großer Typ und fucking glaublich er ist noch da und er kommt zu mir beide beide da und ich bin tot oh nö sie haben mich gar nicht gesehen gims ok cool ich kann das nicht machen au jetzt haben sie mich gesehen ok tschüss jetzt verhurt ich wurde verhurt ich weiß aber nicht ob sie jetzt noch gepasst hat bei dem das ist ja fies ich hab kuscheliges ping freigeschaltet wie soll ich das jetzt verstehen du musst die kacke einsammeln ich darf das nicht mehr warte für ne kacke oben ja diese gefäße du musst so einen stein benutzen dann gehst du da hin und dann machst du rupen stein ach so einen stein nahr 哪 ist super hallo gehts euch aber noch mal weiter oder was Okay, dann gucke ich mal, dass ich Wub Wub mache kann. Wub, wub, wub. Also entweder hier oder da, Wub Wub. Waren wir da, Wub Wub. Ist das schon wieder für ein illegaler Move? Weil ich nix höre. Hure. Waa, waa. Waa. Stemblolkarte. Elims mit der Schrotflinte. Okay. Lande bei Pleasant, na hervorragend. Später. Und natürlich Wolololf Capture nicht zu vergessen. Waa, waa, waa. Also genau auf der Markierung mal stets Wub Wub. Nein, du musst erst so einen Schattenstand nehmen. Aber dann Wub Wub. Ja. Ja, ist das irgendwie speziell markiert? Sind ja dann speziell Nord die Dinger, die ich sammeln muss? Oder einfach nur Wub Wub? Das ist ein Ritualsteinfett, der dir ins Gesicht schreit. Hallo, ich bin Schatte. Ich bin Schatte. Okay. Ja gut, dann Wub Wub. Wo schieß? Ich inhaliere erstmal so einen... Das ist ja ein Pilz. Ich will einen Würfel inhalieren. Hallo? Ah je. Ja. Ah, da Würfel. Da Würfel. Und da Stein. Das ist das Ding. Hallo. Geist der Gefäßbergen. Puff. So, Berühre einen Würfel. Ha ha, ob ich das hinkrieg. Wo Gegner? Mist, Jumpshot. Indeed. Und läuft hier Musik. Äh, die singt, die Olle. Ey, das ist der... Die, die, weil... Die, 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 die... Baby, die, die, die... Baby, die, die... Baby, die, die, die... Baby, die, die, die... Baby, die, die... Baby, die, die... Baby, die, 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 die... Oh, what? Wer ist das? Wolfkäppchen? Ja. Echt jetzt? Ja. Das trifft sich ja ein bisschen geil. Was? Okay. Bibi-di-babi-di-boo. Wolfkäppchen. Verstecke dich an einem Heuhaufen. Okay. Aber zuerst. Nicht wegrennen, ja? Schuss. Okay. So ist das ein bisschen awesomeer. Na ja, awesome. So. Fagen. Rühre ein Würfel. Ich muss ein Würfel berühren. Wo Würfel? Wo Würfel? W-Würfel? In der Mitte der Map ist einer. M-Map? Ja, aber ja, nicht nur. Die meisten haben sich in die Mitte der Map verpisst, um die Kacke da aufzubauen, also. Okay. Sie fliegen. Upsi. Sie, sie. Fuck. Sie, fuck. In die Mitte der Map. Aha, dringender Auftrag. Oh, Mitte der Karte. Ach, da, Mitte der Karte. In der Mitte. Äh, lol. Danke. Bitte. Aha. Aha. Okay, Mitte der Karte ist in der Mitte der Karte. Da ist's. Nein, nicht auf dem Baum landen. Oh Gott. Fuck. Ist da jemand? Ah, der Klee-Steiner. Hallo. Was ist denn? Oh, ich wollte in der Pilzlutsche los. Hey. Was das? Munition. Wuboß, Papa. Wuboß, Papa. Wuboß, Papa. Du bist von Velociraptoren gejagt. Ja, aber die können nicht schwimmen. Wir werden bereits... Die werden nicht schwimmen durch deine Hänge rannt. Die sehen auch nichts, wenn du dich nicht bewegst. Nee, das waren die anderen. Nee. Die Triceratops. Die Triceratops. Hat jetzt nichts mit dem T-Rex zu tun oder so. Nein, gar nicht mehr. Peace. Uff. 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 Was habe ich gemacht? Ich muss einen Würfelol berühren. Was ist Würfel hier? Und was nicht? Alles ist Würfel. Das zählt aber alles nicht. Das ist richtig. Ja, das in der Mitte ist ein Würfel, ne? Ja. Peng! Puff. Alrighty. Yay! Ah, so. Was ist das Nächste? Dunkler Cochonesee. Zerstöre Verderbnis Epizentrum. Ja, hast du schon gewusst, ne? Nö. Hast du schon gewusst? Ja klar, du hast doch schon markiert. Nein, nein. Ich wusste gar nicht. Was? 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 Ich weiß gar nicht. Wo ist Sancerie? Oh, Dr. Strange. Dr. Dix. Der Frosch hat mir beantwortet. Rabbit. Rabbit. Rapid. Rabbit. Wo Epizentrum? App. Ah, ah. Okay. Lohn. Die. Die. Just fucking die. Okay, ist vorbei. So, und jetzt bringe Gefäß zurück, ey. Okay, alles klar. Cool. Die Cochonesee. Voll das Epizentrum. What? What is there? Pitstop. Ich muss Aufträge für die machen. Hitstop. Okay, cool. Kann Fluss abkürzen. Ich sag mal, ja. Die Reflexionen. RTX. Die Grafikkarte hat null Last. Ich bin die Konfiguration von Fortnite. Vorne dran ist noch ein Würflol. Wo? Das ist ein Pitstop. Ja, Pitstop. Überlebe Skidurum vorsehen. Alles klar. Läuft. Ist einer rumgejammt. Ist einer rumgejammt. Hm. Fuck. Hopp. Oh shit, die sind zu zweit. Und geil. Fuck you. Alter. Aber überrand des Todes. Ja. Die Zombie hat dich gekillt, ey? Nein, hat er nicht. Nee, nee, aber fast. Dann wollen wir dir reden. Rar. Scheiß, Dreck. I doesn't like you. I doesn't like you. Stimmt, ein deutscher Spieler. Bei der Grammatik. 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 I doesn't like you. Yo. Wow, wow. Gut, dann dunkle Cochonesee und dann ist fertig hier, ne? Was wir gerade an Shisha haben. No. Äh, außer natürlich Hordenanstürmen. Hast du schon mal gespielt? Nein. Okay. Okay. Aber du musst erst mit ihr reden. Na gut. Komm. Du kannst dir das Ding abgeben, ich gehe zu ihr reden. Dann komme ich zu dir. Okay. Aber das liegt eh außerhalb der Zone nachher. Pssst. Ja, ja. Ich glaube, ich komme dann eher zu dich. Spire Fire einsetzen. Wow, wow, wow. Die sieht auch echt geil aus mit RTX. Die hatte ich noch gar nicht, glaube ich. Die reflektet voll. Alle einmal durchgenommen, sollst du? Alle einmal durchnehmen. Glocks. Oh, Cochonesee. Ja, Cochonesee. Ja, level up. Price, motherfucker. Okay. Betanke ein Fahrzeug. Ey, ey, ey. Besen. Nom, nom, nom. Was? Cannot be serious, bisch. Echt mal. The Mesh Uncle. Ah, da ist ein Mesh Homie. Ups. Und instantaneously rage gequittet. Alter, Nudelsoup 83. Oh, Homie. Da, Homie. Komm her. DJ Lightning 85. Ja. Ja. What? Wo liegst du? Na, Marsch der Welt, brauchst du gar nicht versuchen. Okay. That's sad. 1000 Meter, geht doch voll klar. Gut, dass sie mich aufgedeckt haben. Die waren jetzt bestimmt ein bisschen ertäuscht. Keine Ahnung, das waren voll die Bots. Ja. Ja, und dann haben sie auf einmal Flips gemacht. Da ist so ein Aimbot angeschmissen. Wow, wow, wow. What the hell? Team Musik. Ausmachen. Scheiße. Aber war mal kurz gut. Wo andere Auto, ey? Seriously. Gigawatt 10k in the hood. Oh. Da. Ich hasse das Ding. Seriously. Alter. Wie schlecht sind die denn? Nochmal Gigawatt. 10k. Awesome. Ich wollte nur ein Auto, Mami. Aber gut, ich nehme auch alles andere. So ist es nicht. Ja. Du parkest hier auch immer aus. Ui. Egal, ob kleine Kinder auf dem Bürgersteig sind oder nicht. Zack, bam. Ah, das finde ich schon. Look at me. Hui. Bist du AFK? Ah, okay. Ah, okay. Ah. Du hast du Auto fahren gelernt, dann müsste ich ja manuell schalten können, das wäre voll awesome. Du musst Forza spielen, dann geht das. Ja, ich dachte, das wäre Fortnite. ForzaNight. ForzaNight. Vielleicht machen die eine Cola, weil sie kommt raus, Forza 5. Das sind die gleichen, die haben 2 Minuten gewartet, dass du kommst. Was für Fickfressen. Fickfressen, haha. Oh mein Gott, der Muskeleukade. Äh, auf Gabi. Nimm die Dienste eines Heilautomaten. Verstecke dich in einem Müllcontainer. Wird vielleicht mal Zeit. So, Karten. Bobo Joggo. Ah, Schuschmaul müsste ich mal noch machen. Wolfkäppchen ist klar. Verdammt. Ja, das war ein bisschen assi, oder? Sehe ich das falsch. Also, ganz ehrlich. In der Zeit, die ich da hingecruist bin, hätten die schon längst andere Blatt machen können. Aber egal. Scheiß Camper. Hier am Tor. Okay, die meisten Karten habe ich erledigt, oder? Und die tippt. Außer the Blowjob Shimpanski, Wolfkäppchen und Sussmaul. Suss. Sussmaul. Ah, der Rest ist erledigt. Okay, also Wolfkäppchen dann jetzt. Hi. Was denn da? Dirty Docks. Dirty Dicks. Manitionsküsten. Okay. Ja, Dirty Gate. Dirty Gate. Gibt's keinen Tastaturkürzel, um direkt zu den Stempelkarten zu springen, irgendwie. Voll für den Arsch. Lande bei Pleasant. Bye. Wow, wow, wow. Komm, beweg deinen Muskelkater, Arsch. Muskelbad. Ich lande jetzt direkt mal an der Mülltonne, oder so. Hm, wenn ja eine wäre. Alter, schasch. Nope. I guess denied. Komm. Ah, shit. Damit kann ich nicht wirklich Schaden haben. Hallo. Hm. Wo mülltonne? Ich glaube, die Toilette tut's auch, oder? Äh, oder nicht. Hallo, ich will wieder raus. Oh, Gegner. Zerstöre Betten in Holly oder Pleasant. Also, nächste Runde Pleasant. Bang! Oh, ho, ho, ho. Scheiße, komm her, du. Stück. Ah! Oof. Oof. Phoenix. Suss. Hmm, you're dead. Wow, wow, wow. Äh, hä? Wir hätten Dienste eines Heilautomaten in Anspruch nehmen. Na gut. Die Jänste, wo Heilautomaten, ey. Hmm. Bullshit. Nein, das da. Komm, gif. Was das? Waffe, Automate. Waffe, Waffe, Waffe. Waffe, Waffe. Ja, das war's. Ich höre Geister, ja nice, passt nicht. Ich habe kein Fahrzeug. Ah, hier nochmal. So, Level up. Zerstöre Petten, Holly Hatches. Wo Holly? Ei, außerhalb. Benutze sofort Gegenstände, sofort. Fließe Zahnschmerzen ab. Okay. Hä? Entschuldige die Schusch. Brauch soft Gegenstände. Tschüss. Tschüss. Bye you, tschüss. Distanz am Fahrzeug zurücklegen. Achso, du kommst wieder zurück, ja? Brauch sofort Gegenstände. Dort ist ein Lalalama. Läuft es eigentlich immer noch weg? Ja. Verdammt. Ich hätte wetten können, dass du jetzt über mich fährst. Destans am Fahrzeug. Achso, ich habe mal einen Schrapp. Achso, du kommst. Oh nein, ja. Sie haben mich. Ich habe ihn. Ich werde mich. Achso, ich werde mich. Du legst aber keine Distanz zurück. Richtig gut. Das ist sauber eingeparkt. Lasst ihn mal herkommen. Da liegen UFOs im Müll. Ich muss nämlich schaden 30 Sekunden, nachdem ich aus dem Mülleimer gekommen bin. Dann komm mal schnell aus dem Mülleimer. Wo Gegner? Da. Wo? Was ist er? Da. Schieß doch. Das waren auf jeden Fall 30 Sekunden. Yeah. Mioink. So, das nächste Phase. Hey. Setze ein E-Mode oben auf einem Berg ein. Da komm, fahren wir zum Berg. Steck rein. Wo bist du? Schaffen wir noch. Brauchen wir noch. Ich will erstmal wieder da rüberkommen. Wo bist du denn rum? Hallo. Okay, I'm in. Was heißt oben auf einem Berg? Berg. Ich meine, das ist da hinten, ne? Ja, genau. Ist ein bisschen weit. Mami. Du bist ein bisschen weit. Das ist er auch. Das ist er auch. Das ist er auch. Das ist er auch. Hoho. Hoho. Die Ohren von Muslimka. Der blblblblblblblblblblblblbl. Hmmmm... und wir mussten gerade so süß so von nahe das so in die o-wache und dr bubs ich glaube die verfolgen uns jetzt great ufarin schaffen wir das noch elf sekunden bloß kein sprit ja ok gut work Oh 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 oh! Oh 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 oh! Oh 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 oh! Epic failed! Oh nee, doch nicht. Nicht fail. Sweet! Richtig gut! Danke! Der fährt eh nicht mehr lang. Meinst du an dem Auto oder was? Der rollt immer noch! Noise! Hey! Da wobbeln die Ohren. Okay, okay. Okay, okay. Dumped brief casting. Okay, zwei Sekunden lang in die Luft. Okay. So, go. Hat das gezählt? Ich glaube nicht. Ähm. Seht die Treppe über die auch so komisch aus. Ja. Jetzt aber. Das müsste ja wohl gewesen sein, ne? Nein? Oi. Forbidden 60. Ich hab nicht gesehen. Ja, hat nicht funktioniert. Das ist schlecht. Ey. Wow! Warn mich davor. Nö. Ja, hat aber geklappt. Ja. Passt. Verdammt! Oh, das Beste wir liegen. Doch, brauche ich. Reise. Fünf. Okay. Sofort Gegenstände. Süßigkeiten. Nullpunkt-Rätsel, was kann die? Nullpunkt-Effizieren. Ne, wenn du in der Luft bist, du noch mal etwas drückst, dann wupp-wupp. Wupp-wupp. Das ist ja schön, dass ihr alle zuguckt. Bruselig. Haus ist aber auch gleich vorbei. Ui. Ah. Halloween. Nope. Äh, ja. Immer noch drei. Die Runde könnte schon längst rum sein. Die tun sich mal beeilen, mit uns rein zu sterben. Ja. Oh. Lass die Würfel rollen. Uff. Oh, nice. Okay. Die nehme ich doch. Aha. Da hinten geht's ab. Ich seh' Schüsse. Wah-wah-wah. Hm. Danke. What next? Stelle Kondition mit Schisch wieder her. Musste ich da jetzt einmischen? Ja. Okay. Uff. Dead. Es sind nur noch zwei übrig. Und ich bin mega weit weg so. So. Ah. Vorbeigejumpt. Scheiße. Na. The shit was dead. Hier ist er. Nice. Der ist in meinem Gesicht gelandet. Haha. Opfer. Erstmal dance. Okay. Eine Runde noch. Dann musst du aufhören. Thanos. 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 Oh Gott. Danke. Die Musik nervt ein bisschen. Das ist schön. So. Bringe das Geistergefäß immer noch zurück. Phil. Die Liars. Das ist nicht zurückgebracht. Hä? Das war dein Job. Ja. Aber deins zeigt er mir immer noch an. Ich hab bloß nicht. Äh. Pleasant Park. Und ich glaube ich muss auch in Pleasant Park landen. Ja. Pleasant Park. Pleasant Park. Wie die du. Hey. Thanos. Der alte Tagger. Single song about. Infinity Stones motherfucker. Äh. Seit wann ist Fortnite zu Google Maps geworden? Hast du da auch so grüne. Brechtecke. Im Meer. Ja. Ja. Was zur. Da kommt doch bestimmt noch irgendwas raus. Das ist doch mit Sicherheit Absicht. Die sind mir nämlich gestern schon aufgefallen. Wahrscheinlich keine Absicht, dass man die Siedler guckt. Nee. Da kommen bestimmt Würfelholz raus. Ja klar. Mann als Plot. Äh. Da hab ich nur gefragt, ob es an mir liegt. Aber nein. Obviamente nicht. Wow. Wow. Ja. Was soll ich hier zerstören? Dicks? Betten. Okay. Gegner. Schaden mit einer Granate machen. Muss Betten kaputt machen. Mit einer Granate. Yeah. Easy going. Soll ich mir down ein und dann schmeiß ich dem dann gegen Raid ins Gesicht. Na dann ist rum. Level up by the way. Nur sechs Level bis jetzt. Also das geht's. Das geht mir so gar nicht. Wow. Wow wow wow. Wo bet? Hallo wo bet? Das ist schon kaputt gemacht. Cii. Eck. Gewinnt kamerad. Wer sagt? Der wabbelwackel armee gewinnt. Whatever, der Wobbel-Kamerad halt, ne. Hang, level up. Gut, jetzt habe ich sieben Level gemacht, das ist okay. Für nicht mal eine Stunde. Ich habe auswendig gelernt, wie er richtig heißt, ja? Lass mich. Der Wind-wobbelige Kamerad. Nee, der Wobbel-wackelarmige Wind-Hosen-Kamerad. Okay. Der Wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel. Woller-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel-wabbel und klaut dir dein Hexenwesen. Wie im Film, Mann. Wie im Film. Awesome. Mach deine Halloween-Deko kaputt. No! Weck! Snapped out of existence. Steht er da im Garten. Die Hälfte deiner Halloween-Doko gehört jetzt mir. Ha! Thanos. Und ich hab dir deine Brezel geklaut, du Sack. Ha! 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 No! Titanus ist voll geil! Ja, ja, ja! A nous! Wo geht mir? Ich weiß nicht. open thanks bye ich dachte es wäre hier na gut dann wieder zurück ins haus warum keine haponiere am start aha das klang nach gegner mein job zum in die luftgejagd um zu gucken ob das zählt und zählt nicht natürlich nicht wenn du windhosen kamera bleibt man stehen ok alles klar tschüss wo gegner ich weiß nicht du wobbelhosen kameras ich brauche nur ein haponierer ich brauche nur ein haponierer ich sehe sie sogar aber ich ignoriere sie halt auch einfach mal naja meinst du na gut da bist du da ist die hölle los wo gegner da alle gegner naja 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 bang das war unvermeidbar Aha, verstehst du, wie ein Film... Film, Zitat. Okay. Nee, 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 nee. Ja, geil. Zwei Schuss, danke fürs Nachladen, Thanos. Hat er geil gemacht. Die lächelt immer noch, ne? Naja, das war jetzt nicht nur ein Fingerschnips, aber okay. Ich hatte keine Rotflinte, ja, was? Wee, jawoll, in den Baum. De Thanos, er hat's voll drauf. Schumme. I see. Ich glaube, es ist auch keiner mehr da, also... Ja, das ist mein Auto. Ich hab dein Auto gefunden. Nö, ist viel zu ruhig hier. Gut gebaut, ey. Ja, da hast du doch noch jemanden. Lol. What? Shit. Was für ein Bub. Ja, ja. Lol. Ab in den Müll. Foodshot. Diesmal hat's geklappt. Ah. Ist ja echt eine voll viel los. Hallo. Snap. Bye. Tschüss. Macht er auch Geräusche wie im Film. Ja, ne? Voll der Tat. Nachdem er geschnipst hat, macht er auch. Nee, 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 nee. Worauf schießt der? Keine Ahnung. Oh, wow. Soll er doch schießen? Yes. Oh. Ich hatte schon einen Wolf. Oh, Stempelkarte jetzt fertig, endlich. Von Wolf-Penischen. Ja, okay, cool. Danke, tschüss. Kannst du aufhören, mein Zeug zu grabben, nur weil ich das kurz weglege? Äh, wenn das da so rein... Wir müssen erst mal gehen, ne? Kommen Sie. Ja, können wir vielleicht erst den Gegner töten, der mich angreift? So. Jetzt können wir gehen. Äh, danke für deinen Like. Scheiße, ich hab... Danke für den Like. What the fuck? Ich bin langsamer als die Zone. Oh no, die ist aber auch eh schnell, die überholt mich auch. Und da ist auch noch ein Velociraptor, der ein Schwein jagt. Der Sa-ge. Wie wär's mit, das ist die letzte Runde, du bist zu spät dran, schade. Äh. Da bist du hier gegen, natürlich. Ich brauch gar nicht in de Fluss rein. Fuck. Auto. Hä? Danke. Soll ich fahren, damit du dich heilen kannst? Ich hab nix zum heilen, das bringt nix, wenn du fährst. Er regt mir nix. Wow. Alter. Ich hab aber... Ne, ich hab aber auch nix. Ah, schade. Schusch. Ja, genau. Gut, gute Idee. Gut, gut. Da sind übrigens die Gartenzwerge gegenüber. Die Säcke. Die Fiesen. Okay. 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 Wait. Immer nix. Wah, wah, wah. Ja. Deine, ähm, oder? Of course. Wow. Muah. Hallo? Ah. Ich habe ein Methkit. Wow, wow, wow. Genau. Ja, geil. Ich tausche. Na, ich bin schon auf Fuwi. Fuwi! Ich weiß. Genauso wie der Kanal. Wie geht's sonst? Ah du, na Munition. Munition. Was will er jetzt hier? Ich weiß nicht, aber ich gehe jetzt. Tschüüüüüüüüüss. Jetzt auch. Der hat sich halt legit oben auf dem Haus einen Turm gebaut und wird jetzt von mir get occupied. Gut. aus der luft gefischt ist das für eine aktion geht auf unser haus aufbaut sich ein turm stirbt beste aktion immer das lagerfeuer ich singe jetzt mal den lagerfeuersong oder nicht wat alter warum treff ich nix du fuck ja der hat mich gerade gedauern der sack kröte geplatzt wer ist der roll move thanos ich glaub dir Wo ist er? Wo ist er? Tief. Okay. Wut, wut, wut. 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 Wo, 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 wo. So nicht. Oh, Gegner. In den Berg hier hochdingeln. Oh, Schuschgewehr. Na klar. So sieht's aus. An Katrin, tschüss. Warte mal, schon mit Büsen. Warte mal, ich bin einfach nur runtergefallen. Achso. It's time to get to the high ground. High-est ground. Uff. Ich fühl'n Eon in der Barsing. Schieß' mir jetzt in den Rücken. In meinen Thanos-Rücken. Thanos. What? Oh, guck mal, eine Treppe. Treppe P. Oh, ja. Okay. Hi, Oli. Guten. Wie, die sind sie nicht. Oh, fuck. Oh, fuck. Da sind sie. Oh, scheiße. Ah. Ah. Oh. Wo ist der andere? Ah, da. Wo ist es? Nee. Sauber. is's up. Is's up? Bye. I'm. Bye. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020